Hallo, herzlich willkommen zu Maikes Rappelkiste. Tja, draußen ist es jetzt richtig Herbst geworden. Wir haben ja auch schon November. Ich bin mal ganz gespannt, was die Rappelkiste heute für uns bereithält. Ha, klar. Eine Laterne. Wie könnte es auch anders sein? Denn diese Woche starten ja die ganzen Martinsumzüge. Wie wäre es, wenn wir zusammen einen Laternen-Dienst sehen? Ein ganz klassisches, kenne ich. Lass uns zusammen sehen. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne und unten erleuchten wir. Der Hahn, der kräht, die Katz miaut. Rabimme, 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 rabung. Der Hahn, der kräht, die Katz miaut. Rabimme, 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 rabung. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne und unten erleuchten wir. Laternenlicht verlöscht mir nicht. Rabimme, rabimme, rabung. Laternenlicht verlöscht mir nicht. Rabimme, rabimme, rabung. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne und unten erleuchten wir. Wie schön das klingt, wenn jeder singt. Rabimme, rabimme, rabung. Wie schön das klingt, wenn jeder singt. Rabimme, rabimme, rabung. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne und unten erleuchten wir. Mein Licht ist aus. Ich gehe nach Haus. Rabimme, rabimme, rabung. Mein Licht ist aus. Ich gehe nach Haus. Rabimme, rabimme, rabung. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne trinkt Bier. Da unten leuchten die Sterne und oben da fliegt ein Bier. Mein Licht heißt Klaus. Ich sehe eine Maus. Rab, bab, rab, bab, blub, blub. Mein Licht heißt Klaus. Ich sehe eine Maus. Rab, bab, rab, bab, blub, 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 blub. Sehr lustig. Ich sehe eine Maus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020